Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen, muss ich selber nachschauen, ich glaube, ja, da haben wir es, 17. Sendung von Der existierende Mensch. Heute, wie Sie jetzt anfangs von der Musik gehört haben, mit, ich glaube, einen, ja, so die richtigen Worte fehlen mir, glaube ich, aber vielleicht mit einem sehr tiefgründigen Thema. Das Thema ist chronische Erkrankungen und Sinn. Im ersten Lied von, wenn ich es richtig ausspreche, G-Dead. Das Lied heißt Diagnose Krebs, featuring Rebecca. Also unter anderem wird es auch um die Diagnose Krebs gehen, als eine chronische Erkrankung. Heute bei mir im Studio, Frau Martina Huber, Martina Huber, eine klinische Psychologin und Psychoonkologin mit ganz viel Erfahrung auf dem Gebiet chronische Erkrankungen und der Behandlung von chronischen Erkrankungen, der Begleitung von chronischen Erkrankungen. Aber da wird sie uns sicher noch mal mehr dazu dann sagen, dass Sie sich wieder ein bisschen ein Bild von der Martina machen können. Ich glaube, er hat sich auch in der Vergangenheit sehr bewährt, der existenzielle Steckbrief. Ja, ich glaube, mit dem fangen wir jetzt einfach an. Martina, Name? Hallo, Markus. Martina Huber ist mein Name. Geboren? In der wunderschönen Steiermark, im grünen Herz Österreichs. Aufgewachsen? Aufgewachsen in Graz. Martina, was verbindest du mit deiner Kindheit? Kindheit? Familie, Freunde, Lachen, aber auch durch schwierige Momente gehen. Und daraus wieder auftauchen, weitergehen. Und dann, nach der Kindheit? Mehrere Hürden gepackt. Aber immer sehr viele schöne Momente erlebt. Ja. Okay. Und so zum Abschluss. Martina, was machst du gern? Das Wichtigste ist das Lachen für mich. Okay. Ich lache gern. Aha. Ich spiele gern den Kasperl. Okay. Bring andere gerne zum Lachen. Aber sonst höre ich gern anderen Leuten zu. Interessiere mich für deren Leben. Und von den Hobbys her gesehen. Ich bin sehr gern in der Natur draußen. Es gibt mir Kraft und Energie. Ich male gerne. Und ich meditiere gerne. Also meine Damen und Herren, Sie hören, ein sehr, sehr vielfältig interessierter Studiogast hier bei mir. Martina, du hast mir ja auch einiges an Musik mitgebracht. Was könnte man denn jetzt zu Beginn spielen? Wenn du mich so schnell fragst, würde ich einmal mit was... Mit was fangen wir denn an? Fangen wir mit U2 an. A Beautiful Day. Okay. Dann machen wir das doch. Jetzt muss ich selber schauen, ob ich das da finde. Irgendwo. Na, das finde ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das habe ich entweder falsch raufkopiert von dir. Hast du noch ein Zweitbeste? Dann würde ich sagen, fangen wir mit Manic Mondays von den Bengals. Ja, das finde ich gleich. Das passt gut. Okay, dann spielen wir Manic Mondays von den Bengals. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier im Studio live anwesend sein wollen, rein jetzt durch Ihre Stimme, rufen Sie an. Die Telefonnummer hier im Studio ist 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen noch einmal 0512 56 02 91 11. Rufen Sie an, melden Sie sich. Sie können gern mitreden. Sie können auch einige Fragen stellen. Entweder Sie kommen live auf Sendung oder Sie können einfach anrufen und die Frage deponieren. Und ich lese sie dann vor. Ja, melden Sie Ihnen. Aber jetzt Manic Mondays von den Bengals. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch heute zum Thema chronische Erkrankungen und das Thema Sinn. Mein Studiogast hier im Studio, Martina Huber, klinische Psychologin, Psycho-Onkologin. Martina, in Vorbereitung auf die Sendung habe ich ein bisschen nachgeschaut im Internet und habe unter der Statistik Austria, wo man immer die aktuellen Statistiken abrufen kann zu verschiedenen Themen, Folgendes gefunden. Da steht drinnen, dass jährlich erkranken in Österreich etwa 38.000 Menschen an Krebs. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Was sagst du denn dazu? Stimmt das? Ist das auch so deine Erfahrung? Oder ja, was fällt einem dazu ein? Spannende Zahlen. Wenn ich an meine Praxis zurückdenke, da kommen immer mehr Frauen in die Beratungen. Männer brauchen generell länger, dass sie von sich herausgehen, sprechen, wenn sie irgendeine Krankung haben, vor allem wenn es noch chronische Erkrankungen sind. Wobei die Erfahrung ja zeigt, dass das Reden helfen kann, eben mit diesen Situationen fertig zu werden. Und das ist eine ganz spannende Zahl, die du da gefunden hast. Okay, okay. Wie ist denn das so von deiner Erfahrung? Du sagst so, Reden hilft. Leute kommen sehr, sehr, oder manche, sagen wir mal, kommen erst spät dann zu dir. Da wäre es vielleicht besser früher. Wie kommt denn überhaupt jemand zu dir oder zu ähnlichen Fachpersonen? Zum Beispiel, jetzt sagen wir, chronische Erkrankung. Wie verlauft denn das? Was ist denn so der Verlauf? Wie können wir uns das jetzt auch vorstellen? Da gibt es unterschiedliche Zugänge sozusagen, dass man zu einer Fachperson kommt. Das einerseits ist der Weg über das Krankenhaus. Die meisten Menschen haben ja irgendwo Kontakt mit Arztkrankenhaus. Es werden verschiedene medizinische Tests durchgeführt. Manche Menschen brauchen Operationen. Dann sind sie eingebunden in dieses ganze Prozedere, sage ich einmal, der Medizin. Und in den österreichischen Krankenhäusern gibt es ja auch neben den Medizinern auch jetzt die klinischen Psychologen. Aber es ist so, dass alles freiwillig ist. Dieses Angebot wird gestellt. Ob es der Patient, der Klient annimmt, ist ihm selbst überlassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da oft die Scheu sehr groß ist, jetzt noch eine fremde Person an mich heranzulassen. Du musst dir vorstellen, du musst dir auseinandersetzen, ich habe eine Erkrankung. Das trifft den Menschen mitten im Leben. Manche Menschen haben zuvor vielleicht Schmerzen, manche haben aber keine Schmerzen, Zufallsbefunde. Und dann ist man konfrontiert mit einer Erkrankung, wird aus seiner ganzen Lebenssituation herausgerissen. Aus der beruflichen Situation, der privaten, familiären Situation, Freundeskreis. Und wird mit vielen Fachtermini, medizinischen Fachtermini überschüttet. Und dann kommt die Frage, und wollen Sie mit einem Psychologen auch noch reden? Und da habe ich oft gesehen, da wollen die Menschen nicht reden. Weil es einfach ein zu viel ist, ein zu viel auf einmal, ein zu viel auseinandersetzen. Manche Menschen hingegen, die keine Familie haben oder wenig sozialen Kontakte haben, die kommen vielleicht eher sozusagen zu uns, zu mir, um sich aussprechen zu können, um so einen schwierigen Moment gemeinsam zu bewältigen. Der zweite Weg, wenn man nicht im Krankenhaus ist, gibt es die verschiedenen Arztpraxen, aber wo man dann, wenn man mit einem Arzt zusammenarbeitet, der einem sagt, die Medizin ist nicht alles, es gibt noch anderes, es gibt neben der Medizin die Psychologie, dann kann man auf diesen Wege zu einem guten Therapeuten gelangen. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Sendereihe ein bisschen verfolgt haben, dann haben Sie sicher noch im Kopf das bei der Nummer nochmal schauen, ich habe es selber nicht ganz im Kopf, wie Sie es hören, was war denn das für eine Sendung? Sendung Nummer 7, da war ja bei mir Mario Mitteräcker, praktischer Arzt und Homer Batt in der Sendung und da ist es gegangen um alternative Wege und Sinn und da war ja eine ganz, ganz interessante Frage, so aus dem Off, also ein Hörer, der sich gemeldet hat und da war ein bisschen so dieser Widerstreit, Medizin, jetzt in seinem Fall war es Schulmedizin und alternative Medizin und und du sagst ja auch so auf der einen Seite, so klingt es für mich, so dieser klar strukturierte medizinische Weg und so die Psychologie, wenn wir es so nennen, kann man es so nennen, so diese zwei Bereiche oder gibt es auch so quasi diese Trennung da oder wie kann ich mir das vorstellen oder ist das eher, fließt das so ineinander über? Naja, die Psychologie hat schon eine Struktur auch hinter der Behandlung, würde ich sagen. Jeder Psychologe hat ein Konzept in seinem Kopf, was er mit einem Patienten besprechen möchte, bespricht das auch, genau, Punkt für Punkt, schaut, ob der Patient einverstanden ist und dann legt man mal los und schaut, was passend ist. Bei der Psychologie ist es ja nicht so, dass jedes Verfahren für jeden Menschen passt. Da muss ich sehr gut schauen, wem habe ich gegenüber und was passt für denjenigen. Ich meine jetzt zum Beispiel, manche Menschen brauchen zwischendurch einmal ein Entspannungstraining, damit sie ja endlich einmal abschalten können. Der nächste findet Erleichterung durch ein Gespräch, der nächste vielleicht durch kunsttherapeutische Anwendungen, wo ich gerade ganz tief damit verbunden bin, mit dieser Arbeit. Das ist ganz eine spannende Entwicklung, was man da machen kann. Über die Farben, über das Nonverbale sozusagen, mich auseinander zu setzen, genau mit solchen schwierigen Themen wie chronische Erkrankungen und Krebs. Das heißt, wenn Worte fehlen oder wenn man nicht mehr sprechen möchte, dass man zu einem anderen Medium greift. Finde ich ganz ganz, ich würde jetzt einmal sagen, Störungs, aber auch Klienten- oder Patientenspezifisch dann geschaut wird, was für ein Vorgehen ist wo angesagt. Interessant deswegen, weil, ich habe es vielleicht so formuliert und wollte aber eigentlich auch ganz was anderes aus, haben wir einfach so gedacht, wenn wir die medizinische Welt hernehmen, wo ganz klare Abfolgen in dem Sinn sind, ohne Freiheit den Menschen zu lassen, es muss das gemacht werden, das gemacht werden, das gemacht Nachbären, hoch uns zu, es muss die Operation sein, das, das, das und so auf der anderen Seite so die Psychologie schon auch mit einem strukturierten Vorgehen so da, trotzdem aber wie du jetzt auch gesagt hast, so diese Freiheit betonend und ja, ich weiß es nicht, ist vielleicht jetzt ein bisschen von mir so hineininterpretiert, aber läuft es reibungslos, geht es, passen diese zwei Disziplinen in den Bereich, ist deine Erfahrung, dass wir dann gut zusammenspielen können, dass das gut passt, man kann, man kann, man kann, es ist vom Willen abhängig, okay, ja, schön, schön, von Willen auf beiden Seiten, auf beiden Seiten, oder auf drei Seiten, der wichtigste ist der Mensch, der Betroffene, wenn man da den optimalen Weg gemeinsam findet, dann kann man das bestmögliche herausholen, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, es geht auch so immer wieder um den Beisatz und Sinn, wo ich bei jedem Titel drinnen habe und mir geht es ja auch immer wieder so auf das Konzept Hintergründe von Logotherapie und Existenzanalyse hinzuweisen und da ist folgendes, Sie fleißige Hörer, Hörerinnen wissen es, so, der Begründer der Logotherapie Viktor Frankl, ein Neurologe, Psychiater, ja, hat zum Beispiel gesagt, und das wäre auch sowas, wo ich dich fragen würde, Martina, stimmt das, wie ist deine Erfahrung, was ist so da, sein Ausdruck, sein Ausspruch, was ich gefunden habe, ist, das Leben hat einen Sinn und behält ihn unter allen Umständen auch im Leiden. Wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns selbst ändern. Ist das ein bisschen hart oder so, oder, oder, es klingt im ersten Moment sehr hart, muss ich nur vorstellen, jemand, krank, ein, die nahestehende Person ist erkrankt an Krebs oder du selbst hast Krebs und du hörst es, dann klingt dieser Ausspruch von Viktor Frankl sicher mal sehr hart. Wenn man sich das aber näher anschaut oder auch einmal mit Betroffenen spricht, die nicht gerade in einer akuten Krisensituation sind, sondern vielleicht schon länger erkrankt sind und ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, dann sieht man eben, dass viele Menschen diese Herausforderung einer so schwerwiegenden Erkrankung angenommen haben und für sich sogar neue Wege gefunden haben, neue Wege gefunden haben, das Leben zu meistern und mit dieser Situation umgehen zu lernen. Nicht nur die Person selbst, sondern auch Familie, Freundeskreis. Und aus meiner Erfahrung habe ich auch gesehen, dass viele Menschen begonnen haben, ihr Leben ein Stückweise vielleicht auch zu verändern, verändern dahingehend, dass sie angefangen haben, bewusster im Hier und Jetzt zu leben. Das hört sich jetzt so banal an, im Hier und Jetzt, aber wenn wir selbst denken, an uns selber denken, wie oft verharren wir mit unseren Gedanken, entweder in der Vergangenheit, grübeln herum, was wäre wenn, was hätte ich getan wenn, und wie oft galoppieren unsere Gedanken in die Zukunft, was möchte ich, was werde ich, und wie oft sind wir wirklich präsent in dem jetzigen Augenblick, dass wir wirklich sagen, und jetzt, jetzt bin ich da, das zählt, und habe nicht hunderttausend andere Sachen im Kopf. Und genau das, das habe gemerkt, dass viele schwer erkrankte Menschen, ich habe viele Menschen wirklich begleitet, von der Erstdiagnose bis zum Tod, dass aber viele Menschen in Phasen, in guten Phasen, wo es ihnen sehr gut gegangen ist, trotz der Erkrankung gut gegangen ist, so richtigen Lebenswillen gehabt haben. Dieser Kämpfergeist, wo es mal gesagt hat, okay, und gerade jetzt, jetzt macht es Spaß. Ich genieße das Leben in vollen Zügen, wenn ich habe dieses Leben, jeder von uns hat eine gewisse Zeit, die da sein kann, und den nütze ich voll und ganz. Und es ist dann wunderschön, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, zu stützen. Da fällt mir so ein Zitat ein von Alfred Lengle, ein Schüler von Viktor Frankl, ebenfalls Arzt, Psychotherapeut, Psychologe, und wenn ich mich richtig erinnern kann, ist so ganz kurz gefasst, vor dem Hintergrund der Endlichkeit endlich leben. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die heutige Sendung Chronische Erkrankungen und Sinn, mein heutiger Studiogast Martina Huber, wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung und über die vergangenen zukünftigen Sendungen hören wollen, wenn Sie mehr Informationen zum Studiogast hören wollen, oder hören sage ich, hören können Sie es jetzt oder nachhören, aber wenn Sie es lesen wollen, dann gehen Sie auf die Homepage, gehen Sie unter www.sinn-los.at Da finden Sie die Informationen und da finden Sie wie gesagt auch die Verlinkungen zu den vergangenen Sendungen, wo Sie sie nachhören können. Sie können allerdings mit dieser Einschränkung nachhören, dass dort die Musik nicht zu hören ist, aufgrund von Copyright Vorschriften, eh klar, die können es nur live hören, wenn Sie einschalten, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr, hier auf Freirat 105,9 oder im Kabelnetz oder online unter www.freirat.at Da gibt es oben auf der rechten Seite so einen Button und da drücken Sie drauf und dann können Sie weltweit live hineinhören. Und Sie können auch, wie ich am Anfang gesagt habe, sich heute hier in der Sendung live melden. Rufen Sie an 0512 56 02 91 11 0512 56 02 91 11 Dann kommen Sie hier live ins Studio und können Sie mit der Martina mit mir über ein sehr tiefgründiges Thema, würde ich mal sagen, reden. Martina, du hast am Anfang auch gesagt, mit meinen Worten Spritzigkeit, Humor darf nicht zu kurz kommen. Ich glaube auch so etwas wie, denke ich mal, könnte auch sein, Humor gebaut vielleicht mit Musik, mit Tanz, also auch da noch mal ein bisschen was lebenslustiges. Was könnte man denn aus deiner reichhaltigen Musikbibliothek, was du mir mitgebracht hast, spielen? Wie wäre es jetzt mit Mercy von Duffy? Martina, das finde ich jetzt auch wieder nicht. Sie hören, meine Damen und Herren, es ist eine Live-Sendung und ich glaube, das macht den Reiz dieser Live-Sendung aus. Martina hat mir einiges an Musik mitgebracht und jetzt glaube ich irgendwo jetzt muss ich gerade schauen, wieso ich das eigentlich nicht finde. Da haben wir schon Mercy. Man hat Mercy. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das nicht oben habe. Und wie du hast du den Kopf? Ja, schauen wir dann. Jetzt kommt Mercy von Duffy. Sinn. Gedank. Sinn. Gedanken. Mit. Sinn. Für mich bedeutet Sinn, im Jetzt zu sein, seinem Herzen und seiner Leidenschaft zu folgen und einfach in jeder Tätigkeit wirklich präsent zu sein, mit allen Sinnen und voll dabei zu sein. Ja, also Sinn des Lebens ist für mich, lieber Markus, wenn ich Fußball spielen kann, aber ganz wichtig auch, meine Familie mir dabei zuschaut und mich anfeuert. Sinn ist für mich nicht nur das Dasein und die Existenz, sondern die Existenz und das Dasein in Verbindung mit der Natur, mit den Tieren, mit den Bäumen, mit den Pflanzen, den Steinen, Flüssen, mit Gewässern. Sinn. Gedanken. Gedanken. Gedanken mit Sinn. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die heutige Sendung Chronische Erkrankungen Sinn und Sinn. Studiogast hier bei mir im Studio, Martina Huber. Wir haben jetzt vor der letzten Musik so, und das, was jetzt bei den Sinn-Gedanken auch nochmal drinnen war, so über, durch so das gesagt, so im Hier und Jetzt sein. Ich habe so das Zitat von Alfred Lengle eingebracht, so vor dem Hintergrund der Endlichkeit, endlich leben. Jetzt bin ich auch so in Vorbereitung auf die Sendung, auf das Konzept von der posttraumatischen Reifung beziehungsweise auf das posttraumatische Wachstum gekommen, meine Damen und Herren. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Weil was man immer wieder findet, auch in der Theorie, in wissenschaftlichen Studien, ist ein Konzept von Tedeschi und Cullum. Und die haben eben dieses Konzept eben erstmals so richtig beschrieben von den posttraumatischen Wachstum. Und das heißt, also praktisch im Zuge des Erlebens einer wirklich erschütternden Krise, die sicherlich auch eine chronische Erkrankung und auch die Diagnose Krebs darstellt, dass da Veränderungen bewirkt werden im Menschen. Und dass diese Veränderung so etwas wie eine persönliche Reifung, ein Wachstum, wie eben dieses Wort schon sagt, in diesen Menschen auslöst. Und Kolum und Tedeschi beschreiben dieses Wachstum auf fünf verschiedenen Bereichen. Und da wäre auch wieder so meine Frage an dich als Praktikerin in diesem Gebiet, ob das auch deine Wahrnehmung ist. Sie beschreiben, dass, wie du ja auch schon zuerst so mit hineingebracht hast, dass eine intensivierte Wertschätzung des Lebens bei Menschen, die betroffen sind oder die herausgefordert werden, einen Umgang zu finden, mit chronischen Erkrankungen eintritt. Was auch immer wieder anzutreffen ist, sind intensivierte persönliche Beziehungen. Intensiviert in dem Sinn, dass genauer geschaut wird. Beziehungen, die wertvoll wichtig sind, vermehrt zu schauen, dass Tätigkeiten, dass was gemacht wird, dass Kontakt aufgenommen wird und mehr in die Richtung schaut wird, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dass gerade diese Verbundenheit eigentlich so ganz was Zentrales ist. So quasi, dass ich brauche das Du. Ohne den Du sind wir nicht lebensfähig, wenn wir ein bisschen so Buba mit hineinnehmen. Das dritte, wie gesagt, es sind fünf Punkte, auch wenn ich Sie vielleicht, meine Damen und Herren, ein bisschen überfordere, ich lese Ihnen einmal vor oder bringe es Ihnen kurz da und dann können wir darüber reden. Das dritte wäre hier so Bewusstwerden der eigenen Stärke. Und da ist so gemeint, das Selbstvertrauen zu entwickeln in die eigenen Fähigkeiten, in den Umgang mit Schwierigkeiten. So quasi als wie, wenn die Betroffenen dann richtig erstaunt von sich selber sind, welche Kräfte mobilisiert werden, gerade in diesen Zeiten, aus vielleicht davor, so hätten Sie sich gar nicht eingeschätzt, so Möglichkeiten zu haben, innerpsychische Möglichkeiten zu haben, mit Stressfaktoren umzugehen. Das vierte wäre Entdeckung generell neuer Möglichkeiten. Das heißt, es ergeben sich Lebenswege, es ergeben sich Möglichkeiten, die davor vielleicht eher, sagen wir mal, durch die Realität oder durch die Brille der Realität als wie nicht verwirklichbar scheinen. Nein, nein, das mache ich ja eh nicht, das werde ich ja nicht tun, das kann ich nicht. Und diese neuen Möglichkeiten tun sich wie so als Möglichkeiten, als verschiedene Wege auf. Und das fünfte, was die Dashie und Callum sagen, wäre so, was Sie immer wieder auch entdecken, wahrnehmen, ein intensiviertes spirituelles Bewusstsein. So, Sie, glaube ich, nehmen so das mit hinein, wenn ich es richtig auffassen habe, dass wir ein bisschen Verbundenheit eingebunden sein in was anderen, was nicht ich bin. Ob man es jetzt Glaube nennt, ob man es Religion nennt, sei jetzt da dahingestellt. Deswegen, glaube ich, ist es wirklich ein so benannt spirituelles Bewusstsein, wo man jetzt nicht dann in Religionskategorien denken muss, was vielleicht dann nochmal für jeden anders ist. Wie ist denn das? Wie war das für die? Wie ist das für die, so? Kennst du sowas? Ja, total. Also, die sprechen ja aus dem Herzen, kann man fast sagen. Die Erfahrungen habe ich in allen fünf Punkten gemacht, dass es aufgetreten ist, bei den Menschen beobachtet, miterlebt. Manche Punkte würde ich mir gerne ein bisschen noch genauer mit dir anschauen. Ja, gerne. Also, die Wertschätzung des Lebens gewinnt für viele der Betroffenen wirklich enorm zuzunehmen. Man kann direkt zuzuschauen, wenn Patienten dann die schwierigsten Situationen hinter sich haben, gemeistert haben, mit dem Arzt, mit dem Psychologen, mit dem Physiotherapeut, Masseur, wer da alles zusammenspielt, und man dann eine Phase hat, wo es einem gut geht, wo man Kraft hat, dann merkt man, die leben ganz bewusst mit der Familie, mit den ganzen Hobbys, alles, was da möglich ist. Eben, neue Möglichkeiten. Viele denken, ja, später werde ich mir einmal das leisten oder das machen. Und dann wird eben der Fallschirmsprung jetzt gemacht und nicht erst in zehn Jahren oder der Ausflug dorthin oder das Besammensein, das Wiederkontakt aufnehmen mit jemand anderen, weil der Mensch dann merkt, es zählt, das ist jetzt und nicht erst in fünf Jahren, weil ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist. Und das kann man irrsinnig gut beobachten. Genauso auch, dass ich Beziehungen intensivieren, habe ich immer wieder festgestellt. Beziehungen zum Partner, zu den Kindern, zu den Eltern, wenn es jüngere Patienten sind, dass man merkt, wir sind eigentlich alle miteinander verbunden. Egal, ob uns etwas trennt, ob das jetzt die räumliche Trennung ist, oder ob es eine Sache ist, die nie ausgesprochen wurde, angesprochen wurde. Im Eigentlichen sind wir alle miteinander verbunden und wir engen uns oft nur ein durch unsere Gedanken, Gefühle, Vorstellungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich dann zusammensetzt, sei es in der Familie, sei es mit einem Mediator, wie auch immer, aber wenn diese Dinge angesprochen wird, dann geht es ein Stück besser weiter und es ist eine Bereicherung für alle. auch der Punkt des spirituellen Bewusstseins, den du angesprochen hast, den habe ich immer wieder beobachtet, bei vielen Menschen in unterschiedlicher Art und Weise, es geht wirklich nicht um Religion jetzt, sondern einfach, wenn ich mit so einer schwerwiegenden Erkrankung konfrontiert werde, setze ich mich mit meiner eigenen Endlichkeit auseinander und auch diese Sinnfreue, was hat das jetzt alles für einen Sinn, warum gerade jetzt, gerade jetzt, wo alles gut gelaufen ist, gerade jetzt, wo ich einen Job habe oder einen Partner gefunden habe oder gerade jetzt, wo die Kinder noch so klein sind und da finden viele nach Erhalt Antworten und Stärke durch einen Weg, der ihnen das Spirituelle zeigt. Das ist ganz egal, ob das jetzt eine Religion ist oder die Natur ist oder was auch immer, Menschen suchen sich dann das raus, was für sie und ihre Lebenssituation am passendsten ist. Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man Begleiter hat, Ansprechpartnern, verstehen und auch bestärken in dem, was man tut. Und dass man dann nicht hört, das ist nicht okay, das wird nicht geachtet von der Gesellschaft oder sonst sind, sondern dass das genau passt, was man selbst tut. Und wenn man das vermitteln kann, dann fühlt sich der Gegenüber angenommen in all seinen Ebenen sozusagen. Ich glaube, du sprichst schon ganz, ganz ein wichtiges Thema, zum einen, wie du sagst, so quasi ein gutes Gegenüber zum einen Richtung Fachperson zu haben, die sich mit diesem Thema auskennt, die Firmin in Fragestellungen ist, die einfach weiß, was wird benötigt. Und ich glaube, zum Zweiten schon auch noch mal ganz was Wichtiges, was ich mir vorstellen kann, sind ja nicht nur die Patienten und Patientinnen mit diesem Thema überfordert, sage ich einmal, sondern gerade der Bereich der Angehörigen. Und man denkt, jemanden mit der Diagnose, wie auch immer die chronische Erkrankung lautet, als Freund, Ehepartner, Ehepartnerin, Enkel, Sohn, wir immer zu haben. Ganz schwierig. Wollt ihr da vielleicht was ein? Was würde denen zu raten sein? Kann man denen was raten? Natürlich, da kann man viel raten, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man sehr oft auf die Angehörigen vergisst. Im Krankenhaus der Patient zählt, der Herr, die Frau so und so. Und dass sehr oft die Angehörigen zu kurz kommen. Und da kann man nur schauen, dass man, eben, es gibt Angehörigengruppen, ja, aber sehr gering in der Anzahl. Und oft trauen sie die Angehörigen auch gar nicht hinzugehen, habe ich die Erfahrung gemacht, weil sie die Befürchtung haben, ich kann ja jetzt nicht über das sprechen, ich bin ja nicht der Betroffene, der ist ja der Arme. Und dabei ist genauso der Angehörige eine Person, die dann Hilfe, Unterstützung, Wertschätzung braucht. Und das wird oft aus Acht gelassen. Und das ist schade, weil nur zusammen können die zwei, also der Betroffene und der Angehörige, diese schwierige Lebenssituation meistern und gemeinsam gut weitergehen. Und sonst bleiben oft Fragen offen. Es schwimmt irgendwas unterschwellig mit, was nicht ausgesprochen wird. und man sieht das immer wieder in der Beratung, dass Menschen eben gerne noch was dem anderen sagen würden, aber der andere ist nachher nicht da. Und da könnte man sehr vieles abfangen. Das heißt, nicht da heißt physisch nicht da, heißt psychisch nicht da? Kommt drauf an. Beide so, manchmal. Ja. Aber ich denke mal, wird ja auch automatischer sein. Ich denke mal, so Erkrankung konfrontiert eher einen mit Sprachlosigkeit, mit der eigenen Endlichkeit, mit dem, dass sich irgendwas ändern wird, ob ich will oder nicht. Und dann ist natürlich die Frage, gehe ich jetzt in Richtung Vogelstrauß-Politik? Nein, 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 nein. Sowas gibt es nicht. Sowas ist nicht da. Das Leben läuft ganz normal weiter. Konfrontiere ich mich mit dem Thema? Konfrontiere ich mich dauernd mit dem Thema? Habe ich auch andere Möglichkeiten? Ich kann mir das vorstellen, irrsinnig schwierig. Ist irrsinnig schwierig, aber es gibt ja verschiedene Wege, die du als Therapeut noch aufzeigen kannst. Und wenn Menschen zu uns kommen in die Praxis, dann können wir gemeinsam mit ihnen diesen Weg gehen. Und das war genau das, was ich eingangs auch gesagt habe. Die Psychologie ist vielfältig und ich habe das Handwerkszeug der Sprache erlernt, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie ich mit jemandem in schwierigen Situationen weitergehen kann und ihm helfen kann. Und wie ich gesagt habe, gerade im Bereich des Malens, das Nonverbale sozusagen, wenn ich da mich zusammensetze und gemeinsam einmal nur mal schaue, wie die Farbe auf jemandem wirkt, wie was da losgelöst wird, welche Prozesse, das ist ganz was Spannendes. Und da kann ich auch sehr viele Konflikte lösen, ein paar Konflikte, unausgesprochenes sprechen. ich kann Entspannungsmethoden anwenden und, und, und. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man als Therapeut den Patienten, den Angehörigen gut begleiten kann. Meine Damen und Herren, Sie hören heute ganz, ganz ein vielfältiger Studiogast hier bei mir im Studio zum Thema chronische Erkrankungen und Sinn. Für alle jene, die sich vielleicht so erst gedacht haben, es wird eine schwere Sendung werden zu einem schweren Thema, Sie hören, es gibt Möglichkeiten, es gibt Umgangsweisen, sicher in die Sprache beziehungsweise in den Umgang zu kommen, Sprache, kreative Medien, wie auch immer, ganz was Wichtiges. Was ich jetzt ein bisschen auf der einen Seite schade finde, auf der anderen Seite ja super finde, ist so, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Wir haben schon gar nicht mehr, gar nicht mehr lang, dann werden wir die heutige Sendung schließen. Ich würde die auch ganz gerne, da werden wir danach drüber reden, ja gerne noch einmal zu mir in die Sendung einladen, vielleicht schauen wir dann, wann sich eine gute Zeit einfach auch ergibt, weil ich höre da auch so raus, zum einen der Bereich der Entspannungstechnik könnte sehr viel von den Hörer, Hörerinnen interessieren, zum anderen der Bereich kreative Medien, Malen und so weiter, also diese Zugänge. Meine Damen und Herren, wenn Sie regelmäßig hören, wissen Sie ja so, die Sendung Nummer 9 war zum Beispiel Klang und Sinn, da waren zwei Musiktherapeutinnen, eine Therapeutin, ein Therapeut hier im Studio und da wurde so dieser Zugang beleuchtet und das Gleiche wäre natürlich auch bei dem Bereich kreative Medien sehr, sehr interessant. Also, wenn ich das, wenn du noch einmal kommen wolltest, wir schauen dann, wann es hineinpassen würde, von meiner Seite aus gerne. Okay, von meiner Seite auch gerne, derzeit. Ja, ganz gut. Meine Damen und Herren, bevor dann Ihnen die Martina zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben wird, möchte ich Sie gerade noch einmal über die nächste Sendung informieren. Die nächste Sendung findet am Donnerstag, den 7.11. statt, wieder hier auf Freirat 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck, Kabelnetz und im Internet live zu hören, ansonsten wieder aus Aufzeichnungen auf iTunes, YouTube oder der CBA-Datenbank dann ohne Musik und diese Sendung wird auch wieder eine ganz interessante Sendung, ja, eine andere Sendung, es wird, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen eine Sondersendung sein, bei dieser Sendung werde ich einen Vortrag, den ich nächste Woche aufnehmen werde, spielen, Nächste Woche am Donnerstag, den 10. Oktober um 19.30 findet auf der Dialogischen Fakultät im Madonnensaal der Vortrag statt, das Bewegende Spüren, Offenheit und Verstehen der phänomenologische Zugang zu Personen mit ganz so guten, ganz interessanten Blick in Richtung Wahrnehmung der praktischen Dinge, also ich glaube, dieser Vortrag setzt auch auf das an, in Weiterführung auf das, wo wir jetzt heute ein bisschen einleitend gesprochen haben. Geführt wird der Vortrag beziehungsweise im Vortrag wird halten Universitätsdozent Dr. Alfred Lengle, Alfred Lengle, ein Arzt, Psychotherapeut, wie ich Ihnen gesagt habe, ein zentraler Schüler, Viktor Frankls und er hat mir die Rechte gegeben, dass ich Ihnen diesen Vortrag dann zur Gänze spielen darf. Ich werde versuchen, dass ich dann auch ein paar Interviews mache mit Hörer, Hörerinnen, auch wenn Sie da sein sollten, könnten Sie sich gern bei mir melden und sagen, ich möchte gern in die Radiosen kommen, ich gebe Ihnen ein Interview, ganz gern, oder bräuchten Sie einmal Sie sagen, sagen können, Markus, ich gebe dir ein Interview, dann kommen Sie bitte zu mir. Martina, als Abschluss für die heutige Sendung, was würdest du gern unseren Hörer, Hörerinnen mit auf den Weg geben? Das ist ein ganz kurzer Satz. Es ist, wie es ist. Ich muss mit jeder Situation fertig werden, aber es ist ganz wichtig, dass ich mich immer umschaue, wer kann mich begleiten, mit wem kann ich drüber reden, was gibt mir Kraft, und im Endeffekt, was will ich wirklich, was will ich? Und es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern, aber ich kann daran arbeiten und stark aus der Situation rausgehen. in der Kürze liegt die Würze, also wirklich sehr, sehr tiefgründiger Satz. Ja, aber ich denke, das ist es eigentlich. Du musst aus jeder Situation das Beste rausholen, egal, ob die positiv oder negativ jetzt in deinem Leben ist, aber wir haben alle auch die Erfahrung gemacht, dass alles Positive, aber auch alles Negative irgendwann einmal vorbei ist und dass es dann weitergeht. Wenn ich auch Menschen habe, die mich begleiten, dann ist nichts Positives zu schwer und das Schöne wird dann immer geteilt und wird dadurch noch schwerer, äh, noch schöner, nicht schwerer. Und deswegen ist es so wichtig, die Situationen anzunehmen, im Hier und Jetzt zu sein und mit Kraft aus der Situation wieder rausgehen. Aber dafür brauche ich oft Unterstützung und je nachher anzunehmen, das zuzulassen. Und das ist oft nicht leicht. Martina, vielen Dank, dass du heute bei mir in der Sendung warst. War für mich sehr, sehr interessante Sendung, sehr angenehmes Gespräch. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Martina, möchtest du auch noch Viertel sagen? Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch mit dir, Markus. Ich danke fürs Zuhören. Und als Abschlusslied würde ich vorschlagen von Sass, Je veux, was übersetzt heißt vom Französischen Ich will. Okay. Viel Kraft und viel Stärke. Schön. Das geht sich aus und es geht sich dann noch ganz klein anspielen danach noch was aus. Was wird nach Sass sein? Dann würde ich vorschlagen Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen zum Ausklingen lassen. Okay. Sass und Bruce Springsteen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF, 2020